Grüß euch, ich bin der Christian von Xtreme Sports und ich zeige euch heute unser neues Profi Gerät. Das könnt ihr euch bei uns ausprobieren. Im Prinzip ganz normal Einzelschuss. Wenn sie gut ist, trefft sie auch. Zum Snipern, leibern, relativ langer Lauf, total feiner Abzug. Ganz normal, die ihr habt wie die normalen Geräte auch. Einmal Schuss, trefft sie. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt einen Stress habt, dass z.B. 5 Gegner gleichzeitig auf euch zukommen, dann merkt ihr das Gerät und hilft euch dabei. Im Prinzip umso schneller ihr abzieht, umso schneller kommt sie und irgendwann geht sie dann ins Ramping. Strich da auf euch. Danke euch vielmals, das war's. Dein Gerät. Dein Gerät und Dr.